Hier wird offenbar großer Krach vorbereitet. Eifrig stopfen die Schützen-Lieseln und Schützen ihre Böllerbüchsen. Mit dem Gebirgaufschießen wird in Gumpolzkirchen die Weinlese eröffnet. Ein alter Brauch. Früher wurden zu Beginn der Reifezeit die Weinberge versperrt und erst zur Ernte wieder aufgeschossen. Heute ist das Fest eher eine Attraktion für die Gäste. Der Weinkönig hat sich in vollen Ornat geworfen. Auch die Königin zeigt ihr Kröneleien. Ein arbeitsreiches Jahr in den Rebgärten geht zu Ende. Gott hat seinen Segen dazugegeben. Da darf man schon einmal feiern und fröhlich sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017